Musik Die Schulzeit war für Nate die Hölle, denn er wurde von seinen Mitschülern ausgegrenzt, beschimpft und mit Tampons beworfen. Nate ist transsexuell. Er wird als Mädchen geboren und hört auf den Namen Denise. Schon im Grundschulalter merkt er, er steckt im falschen Körper, in einem Kostüm, das er sich am liebsten vom Leib reißen möchte. Im Interview mit mir spricht Nate über sein Outing als Transgender, über seine geschlechtsangleichende Operation und über sein neues Leben als Mann. Wie hat es sich für dich angefühlt, im falschen Körper zu stecken? Für mich persönlich war das immer so, als würde ich in einem Kostüm stecken, was ich nicht ausziehen kann. Und dass man es am liebsten sich vom Leib reißt, aber es eben nicht geht. Wann hast du das erste Mal gespürt, dass du dich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlst? Also das war schon ziemlich früh im Kindesalter, ungefähr in der dritten Klasse von der Grundschule schon. Und das war ab da eigentlich schon immer präsent. Wenn ich in den Spiegel geguckt habe oder so, war das nicht so wirklich richtig. Ich war immer sauer, dass ich nicht als Junge geboren wurde und hatte auch eher die Interessen, so mit den Jungs zu spielen und mit den Jungs Spielzeug und sowas. Und habe mich auch immer wie ein Junge verhalten. Dir als Kind war ja sicherlich auch nicht bewusst, was Transsexualität bedeutet. Was hast du denn damals gefühlt? Ja, für mich war das ziemlich kompliziert, weil ich mich einfach nicht so zuordnen konnte, wie ich geboren wurde. Aber in meinem Kopf war es halt so, ich möchte ein Junge sein, aber das geht nicht. Deswegen war ich darüber auch sehr sauer, weil ich diesen Begriff gar nicht kannte. Ich habe trotzdem weiterhin mich als Junge gegeben, aber später durch das ganze Mobbing habe ich mich halt in diese Rolle von einem Mädchen pressen lassen, sag ich mal. Und deswegen das Ganze erstmal so unterdrückt eine ganze Weile lang, weswegen ich mich dem halt erstmal gebeugt habe. Du hast gerade das Thema Mobbing angesprochen. Wie war denn deine Schulzeit für dich, beziehungsweise wie haben sich deine Mitschüler dir gegenüber verhalten? Meine Schulzeit war streng gesagt die Hölle, sag ich mal, weil ab der vierten Klasse oder was, wurde ich durchgehend gemobbt, weil ich eben wie ein Junge aufgetreten bin. Und das haben die anderen gar nicht akzeptiert. Für die war das dann irgendwie krank oder so in der Art und haben einen halt immer beleidigt. Ich wurde abgeworfen und es ging halt so weit, dass ich dann versucht habe, ein Mädchen zu sein, was den anderen aber auch nicht gepasst hat, weswegen meine Schulzeit einfach nur schlimm war. Ich hatte Bauchschmerzen bei dem Gedanken daran, in die Schule gehen zu müssen, habe dann angefangen zu schwänzen. Entweder habe ich zu Hause gesagt, dass es mir nicht gut geht oder ich bin morgens einfach woanders hingelernt, weil ich einfach, ich hatte viel zu viel Angst, in die Schule zu gehen. Und ich habe halt angesprochen, dass ich gemobbt werde, weil ich eben so auftrete, wie ich war. Und von den Lehrern kamen nur so Sätze wie, dass man das ja selber schuld wäre, wenn man sich so lebt. Inwiefern hat dich das geprägt? Ja, wie soll ich sagen, ich war halt sehr in mich zurückgekehrt. Ich war eigentlich immer ein sehr aufgeweckter Mensch und hatte immer Spaß im Leben. Aber das ging immer weiter zurück, dass ich mich total zurückgezogen habe, habe nicht mehr darüber gesprochen und habe halt einfach versucht, mich der Gesellschaft so zu geben, wie sie das wollen. Also nicht, wie ich leben möchte oder wie ich eigentlich bin. Daraus hat sich bis heute eine große Sozialphobie entwickelt, dass ich immer noch Probleme habe, mich Menschen richtig zu öffnen oder mit fremden Menschen zu reden. Und dass ich immer noch denke, wie denken die jetzt über mich, was halten die von mir und so weiter. Das ist immer noch heutzutage sehr präsent. Vor zwei Jahren hast du dich dann geoutet. Wie war das für dich, dieses Outing? Also was hat dir das gegeben? Das war so, als ob eine riesengroße Last von mir runterfällt und so der erste Schritt in das eigentliche Leben, was ich leben möchte und wie ich wirklich bin, das hatte angefangen, dass ich die Haare wieder abgeschnitten habe. Und da habe ich einfach gemerkt, du gehst jetzt in die richtige Richtung und das bist du. Und das hat sich wirklich sehr gut angefühlt. Du hast dann auch relativ schnell mit einer Hormonbehandlung gestartet. Was bewirkt die Hormonbehandlung genau und wie läuft sie ab? Also die Hormonbehandlung bewirkt eben eine männliche Pubertät. Also ganz normal Stimmbruch, Körperbehaarung, Bartwuchs und so. Alles, was eben bei normalen Jungs vonstatten geht, alleine, wird halt dann eben mit dem Spritzen oder dem Gel, was man auftragen kann, bewirbt. Du hast auch eine geschlechtsangleichende Operation machen lassen und es steht auch eine weitere OP aus. Was kannst du mir darüber erzählen? Also die erste OP, die ich machen lassen habe, das war die Mastektomie, also eben die Entfernung der Brust. Und die nächste OP wäre die Hysterektomie, das wäre die Entfernung der Gebärmutter. Und eben wenn das entfernt wird, dann hat man keine eigene Hormonproduktion mehr, weswegen man auch die Hormonerleben annehmen muss. Und dann gibt es natürlich noch den Geschlechtsaufbau, wo eben dann das männliche Geschlechtsteil gebildet wird. Bevor du mit der Hormonbehandlung starten konntest und dich auch operieren lassen konntest, musstest du eine Therapie machen und musstest auch Gutachter aufsuchen. Was kannst du mir dazu erzählen? Also da gibt es relativ viele Richtlinien, zumal es gibt einen Alltagstest, wo man eine bestimmte Zeit lang in die Rolle eines Mannes gehen muss und so im Alltag leben muss, dass man sich wirklich überall in der Gesellschaft als Mann gibt, was die meisten eigentlich schon machen, weil sie eben ein Mann sind, nur eben im falschen Körper. Und für die Operation muss man eine bestimmte Zeit lang schon auf den Hormonen sein. Das hat aber den Grund, weil in der neuen Pubertät gibt es so eine Fettumverteilung, wo sich das am Körper alles anpasst, damit das mit der Operation auch wirklich alles richtig läuft, wie das soll. Ja, und für die Namens- und Personenschutzänderungen wird man auch zu zwei unterschiedlichen Gutachtern geschickt, die einen dann eben begutachten, ob das wirklich alles so richtig ist. Und da werden viele Fragen gestellt aus der Vergangenheit, wann das angefangen hat und teilweise auch, wie man sich sexuell, welche Rolle man da sich gibt. Was haben die Hormonbehandlung und die Operation bewirkt? Wie geht es dir heute? Also mir geht es heutzutage wirklich sehr gut. Allein die Hormongabe, die erste, das war schon, da ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und das war so der erste Schritt in dieses männliche Ich, das war einfach, das kann man gar nicht beschreiben. Und nach der Operation, dann konnte ich endlich mal mit einem Lächeln in den Spiegel gucken und habe auch das gesehen, was ich selber in meinem Kopf immer gesehen habe, was im Spiegel aber vorher nicht gepasst hat. Also das ist beschreiblich toll. Hattest du jemals die Sorge, dass du dich in deinem neuen Körper und auch in deinem neuen Geschlecht nicht wohlfühlen könntest? Nein, weil ich mich, sobald ich wusste, dass es Transsexualität gibt, wusste ich, dass ich männlich bin. Und als ich dann auch wusste, dass das alles so angepasst werden kann, wusste ich da genau, das ist wichtig für mich. Hat sich deine sexuelle Orientierung nach deinem Coming Out verändert? Gut, es war ein bisschen kompliziert, weil ich dachte, als ich dann gemerkt habe, dass ich ein Mann bin, dachte ich so, okay, Mann steht auf Frauen und Frau steht auf Männer. Das war natürlich alles ein bisschen verwirrend, aber im Großen und Ganzen hat das miteinander ja gar nichts zu tun. Und als ich selbstsicherer wurde, konnte ich mir selber sagen, ich bin bisexuell, also ich stehe auf Männer und auf Frauen, weil das mit meinem Geschlecht ja überhaupt nichts zu tun hat. Man kann ja auch als geborene Frau nur auf Frauen stehen oder als geborener Mann nur auf Männer. Das ist ja vollkommen egal. Wie hat denn dein Coming Out und alles, was danach passiert ist, also die Hormonbehandlung und auch die geschlechtsangleichende OP, dein Leben verändert? Also, ich konnte endlich mal wieder der Mensch werden, der ich eigentlich bin. Ich habe wieder Spaß am Leben, ich verfolge meine Hobbys wieder viel mehr und ich habe mittlerweile gute Freunde gefunden, weil ich eben endlich mich wieder traue, Menschen zu öffnen, langsam. Und ich kann, ich bin einfach glücklich, dass ich diesen Weg, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, diesen Weg zu gehen und dass mein Umfeld das alles so gut aufgenommen hat. Also, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, also einfach, ich bin so glücklich darüber, dass ich ein Mann bin und ein Mann sein kann und auch, dass die Gesellschaft mich dann doch in großen Teilen als Mann aufnimmt.